Hallöchen zusammen, heute geht es um den DS3 Racing Sport. Da ist das schöne Stück. Getuned, also Tuning-Teile sind Clubsport. Sozusagen Stufe 2 zeige ich euch gleich noch. Für so einen kleinen sieht er eigentlich ganz super aus. Finde ich. Gefällt mir. Könnte ich mir vorstellen privat zu fahren, wenn ich den Auto fahren würde. Da wollte ich nicht hin. Hier kurz die Einstellung. Getriebe, kurze Übersetzung, niedrig für langsame und mittelsschnelle. Genau, Stufe 2. Damit geht es jetzt ins Rennen. Fahren möchte ich mit ihm. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, was ist der? Ne, der war glaube ich zu hoch. Genau. Le France. Ich glaube, Le France war es. Genau, den wollte ich mit ihm fahren. Ist auch ein französisches Auto. Von daher passt das. 541 LP hat er empfohlen, LP 500. Mal schauen. Also Asche. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Mit vorwärts geht es los. Jetzt gehen wir auch gar nicht lange rum. Je nachdem, wie lange ich dafür brauche, mache ich vielleicht am Schluss noch ein Matschrennen. Einmal vorwärts, habe ich die Bisher liegt er ganz gut. Zu schnell. Verrte den Ja, liegt echt ganz gut. Also, ja, kann ich meckern. Ja, liegt echt gut. Ja, liegt echt gut. Ich krieg die noch, so Schweinebacke. Ja, liegt echt gut. Ja, liegt echt gut. Ja, liegt echt gut. Ja, liegt echt gut. Sehr schön. Dann schon mal viel Spaß mit dem Replay. Ja, ich melde mich dann auch da nochmal zur zweiten Runde. Ja, ich helde mich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt aber. Los geht's. Hey, hier wird nicht gedrängelt, du Vogel. Wooh! Wooh! Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Da kommt ein frisst Staub. Oh mein bitte. Warte mal kurz in die falsche Richtung. Da ist noch einer vorne dran. Der hat schon ein bisschen Vorsprung. Das war eine gute Idee, macht echt fun. Okay. Okay. Ja. Oh. 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 Oh! Da frage ich mich schon richtig selber, gleich aufs Hübley. Der 40 aber hier echt geil. Oh, das hat jetzt echt am meisten Spaß gemacht. Ich sag mal wieder danke fürs Schauen, hoffe ihr seid auch beim Maxenrennen mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, einfach mal auf Abo klicken, würde uns freuen. Ansonsten bis zur nächsten Runde, bye bye. Achso, Hübley dürft ihr euch natürlich noch angucken. Ich bin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020